Microsoft ist momentan eine der besten Firmen für Text-to-Speech. Wir können hier relativ viel vorlesen lassen, aber wir haben in der Praxis weniger Stimmen zur Verfügung, als Microsoft eigentlich hat. Wir haben hier zur Auswahl zum Beispiel den Microsoft-Stefan, Katja und Header. Die sind alle drei deutsch. Und wir haben auf Deutsch nochmal die Header-Desktop und die Zira-Desktop zur Verfügung. Und wir können hier tatsächlich auch relativ viel mitmachen. Ja. Zum Beispiel das hier. Ja. Sprachausgabe wird beendet. Na? Läuft eigentlich ganz gut. Ist mit Microsoft-Stefan gewesen. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mit der Katja mache, hört sich das natürlich nochmal völlig anders an. Ein Sprachausgabe-Dialog-Feld. Okay. Schaltfläche. Alt und O. Achtung. Sprachausgabe wird beendet. Ihr versteht, was ich meine. Aber wenn wir selber was damit programmieren wollen, haben wir zur Auswahl... Abonniert meinen Kanal. Header. Und Zira. Mehr nicht. Und das sind nur die Desktop-Stimmen. Und deswegen... Das kann man ändern. Das machen wir jetzt heute. Genau. Ich probiere momentan so ein paar Sachen aus. Und die Sachen, die ich eben selbst recherchieren musste, dachte ich mir, Mensch, das kann ich euch auch mal zeigen. Vielleicht habt ihr ja Verwendung dafür. Alles klar. Also was müssen wir machen? Wir müssen ein kleines bisschen in die Windows-Settings eintauchen. Zunächst einmal wechsel hier bitte einmal in die Einstellungen und dort dann auf die Zeit und Sprache und hier auf die Sprache. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr Windows-Taste drückt, Sprache eingeben. Dann kommt ihr direkt hier zu den Spracheinstellungen. Das ist genau das hier. Hier wird festgelegt, welche Sprachen überhaupt unterstützt werden. In meinem Fall ist das aktuell nur Deutsch. Dementsprechend habe ich nur Stefan, Katja und Header zur Verfügung, weil das die Default-Microsoft-Stimmen sind für TTS. Übrigens, das sind auch die, die man in der Cloud dann rendern kann. Und in der Cloud ist das wirklich teuer, wenn man das macht. Kleiner Fun-Fact hier. I tried. Wenn ihr jetzt allerdings sowas haben wollt wie Englisch, könnt ihr hier einfach ein Plus machen. Dann habt ihr hier noch viel, viel mehr zur Verfügung. Und ihr seht hier unten, da sind verschiedene Icons dabei. Hier haben wir das eine Icon Sprachpaket installiert. Das solltet ihr tun, wenn ihr Sprachen machen wollt. Das hier ist Text-to-Speech, also Sprache im Endeffekt. Das ist das, was wir machen wollen. Nein, Spracherkennung geht bei Deutsch auch. Und das hier ist Handschrift. Das heißt, ich kann sogar auf Deutsch schreiben und es wird meine Handschrift erkannt. Und hier ABC bedeutet Rechtschreibprüfung und Wörterbücher. So, diese fünf Optionen gibt es. Wobei das hier vorne ist einfach nur, ob ihr es installiert habt oder nicht. Und wenn ihr hier auf Sprache installieren geht, hier steht es theoretisch auch nochmal. Habt ihr nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen. Steht hier natürlich immer nochmal hinten dran, was ihr haben wollt. Zum Beispiel auf Afrikaans gibt es keine Sprachausgabe. Dafür aber Handschrifterkennung. Auf Arabisch Ägypten gibt es Sprachausgabe, aber keine Handschrifterkennung. Und so kann man jetzt hier natürlich durchscrollen. Und mal gucken. Vielleicht haben wir hier ein paar Sprachen, die funktionieren. Zum Beispiel Chinesisch, traditionell Hongkong. Können wir Sprachausgabe machen, Spracherkennung. Dazu müssten wir Hongkong Chinesisch können. Und natürlich Handschrift. Oder Taiwan Chinesisch. Oder hier, ihr versteht was ich meine. Dänisch oder Deutsch, das haben wir installiert. Oder Deutsch Österreichisch. Oh, wir haben... Es gibt wohl sogar Deutsch Schweiz. Das ist ja spannend. Genau. Aber wir machen das gar nicht hier rüber, weil wir... Also hier könnt ihr komplette Sprachpakete installieren. Wir wollen ja eigentlich nur die Stimmen installieren. Also Sprechstimmen im Endeffekt. Dazu können wir hier unten auf die Spracherkennung gehen. Interessanterweise ist es eigentlich keine Erkennung, sondern eine Stimme an sich. Und deswegen gehen wir hier mal auf Stimmen, Verwalten, Stimmen hinzufügen. Und hier seht ihr, welche Sprachen oder Stimmen ihr insgesamt hinzufügen könnt. Das sind quasi die Stimmpakete. Wir können hier mal Schweiz hinzufügen. Können wir mal Österreichisch hinzufügen. Ich würde aber tatsächlich auch mal hier Australisch hinzufügen. Beziehungsweise die Stimmen dafür. Oder... Ja, ich glaube, das sollte reichen. So, machen wir einmal hier kurz hinzufügen. Und hier können wir dann, wenn wir alles fertig installiert haben, selbstverständlich, und dann einmal kurz schließen und wieder aufmachen. Spracheinstellungen. Gehen wir nochmal kurz drauf und gehen hier wieder auf Sprachekennung. Ihr müsst wirklich einmal neu starten, damit das überhaupt erkannt wird. Ich weiß nicht, wieso. So, dann haben wir hier mehrere zur Auswahl. Dann haben wir Stefan, Katja und Heather. Die kennen wir schon. Einmal haben wir Catherine. You have selected Microsoft Catherine as the default voice. Oh ja, das ist wirklich australisch. Michael. Sie haben Microsoft, Michael, als Standardstimme ausgewählt. Ah ne, ist, okay, ist Michael, das ist der Österreicher, glaube ich, gewesen. Sie haben Microsoft, Carsten, als Standardstimme ausgewählt. Das ist der Schweizer Ort. You have selected Microsoft James as the default voice. Genau, und das ist James. So, und ich gehe mal wieder hier zurück auf Stefan. Und ja, wir haben jetzt im Endeffekt diese Stimmen. Jetzt gehen wir hier nochmal kurz rein und wir printen uns ja hier zum Beispiel, also, ihr könnt das überall verwenden. Ja, das ist nur ein Beispiel, was wir im letzten hatten. Aber wir können hier einmal kurz das weitere Stimme angucken. Komm, Schnauze. Und wir haben hier immer noch nur Header und Zierer. Jetzt starten wir hier einfach auch mal nochmal neu und gucken uns das. So, und auch nach dem Neustarten, ihr seht es hier unten, meine Packages werden immer noch gescannt. Ich kann alles ausführen, aber ich habe immer noch nur Header und Zierer zur Verfügung. Und das ist ein bisschen weird. Und deswegen gibt es da einen kleinen hackigen Hack, um die anderen hier auch zur Verfügung zu machen. Und ich nehme jetzt einfach mal Catherine, die hier bitte auch einmal das Ganze tun soll. Und ja, dazu müssen wir, deswegen habe ich sie schon offen, in die Registry. Ich mache sie nochmal zu, weil wir müssen ja hier auch alle Stimmen laden. So, da sind wir. Ihr müsst übrigens das Ganze öffnen mit dem Registrierungseditor. Ihr müsst das Ganze auch als Administrator öffnen. Das kommt automatisch. Und hier sind dann im Endeffekt eure Stimmen. Einmal haben wir den Michael, dann haben wir Carsten, wir haben Header, wir haben Katja, wir haben Stefan, wir haben Catherine und wir haben James. Und es macht immer noch keinen Unterschied. Die sind immer noch nicht verfügbar für Python jetzt zum Beispiel. Wenn wir jetzt Catherine haben wollen, dann müssen wir hier tatsächlich auf Catherine drauf gehen und einmal einen Rechtsklick machen und das dann exportieren. Also einmal hier Export drücken. Der Name, den wir zum Exportieren benutzen, ist eigentlich relativ egal. Ich habe glaube ich gerade Catherine M, also für Microsoft. Catherine Microsoft. Und wir nehmen das jetzt einfach mal als Stimme. So, jetzt gehen wir da hin und sehen hier einen Reg-Eintrag. Das sind Einträge, die im Endeffekt eure Registry, also euren Registrierungseditor verändern können. Und wir müssen jetzt hier einmal kurz diesen Registrierungseditor-Eintrag verändern. Also das ist nicht der eigentliche Eintrag, sondern das ist quasi, wenn ich da draufklicke, dann wird genau dieser Eintrag von Catherine hier drin erstellt. Ich muss ihn aber ein kleines bisschen verändern. Und dazu machen wir einmal Rechtsklick bearbeiten. Dann sehen wir diese ganzen Informationen hier. Und wir sehen hier einmal Windows Registry Version 5.0.0. Das passt. HKEY Local Machine Software. Passt auch soweit. Microsoft Speech One Core. Voices, Tokens, MTTS, bla bla bla. Alles bleibt abgesehen von dem Speech One Core. Übrigens, ihr findet diese ganzen Stimmen hier oben auch unter genau diesem Pfad. Also Computer, HK, Local Machine. Also hier fangen wir quasi von vorne an. Computer, Local Machine, Software, Microsoft. Und dann hier draufklicken und runterscrollen, bis ihr bei Speech One Core Voices Tokens seid. Und da findet ihr diese ganzen Stimmen. Aber wir wollen auch, dass diese Stimmen an einem anderen Ort auch verfügbar sind in unserer Registrierung. Das heißt, wir wollen sozusagen sagen, ey, diese Catherine ist jetzt bitte auch als Stimme, die ich zum Beispiel in PyCharm verwenden kann, verfügbar. Und das machen wir, indem wir hier einfach sagen, Speech One Core. Naja, da mache ich einfach eine Speech draus. Also Speech Voices und dann Tokens und dann eben genau den Rest drin lassen, genauso wie er war. So. Und ja, der Rest kann wirklich eins zu eins bleiben. Wir haben nur hier unten nochmal so einen Pfad. Das ist nämlich ein zweiter Eintrag. Nämlich, dass es eine Erwachsene Stimme ist, dass es Female ist, dass es Language 1009 ist und so weiter und so fort. Die Einträge brauchen wir auch allerdings nicht in Speech One Core, sondern auch in Speech. Also einfach wirklich genau hier Speech One Core durch Speech ersetzen. Und das ist alles. Dann speichern wir das ganze Ding, machen hier schließen, gehen zurück auf die Stimme. Stimme, das sind die anderen Videos, die ich gerade bearbeite, gehen zurück hier auf die Stimme. Und führen im Endeffekt das Ding nur aus. Also wir können hier einfach einen Doppelklick drauf machen. Dann werden wir gefragt. Ja, wir wollen das ausführen. Durch das hinzufügen, klar, 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 ja genau, alles in Ordnung. Ja, wollen wir. So. Alle Schlüssel und Werte wurden importiert. Und jetzt haben wir hier eine kleine Änderung gesehen. Die Catherine ist hier immer noch da. Wir schließen jetzt einmal kurz den Registrierungseditor. Machen ihn nochmal neu auf. So. Und, ähm, ja, Catherine brauchen wir hier gerade nicht. Und jetzt gehen wir hier oben einfach mal her und machen das hier weg. So. Und gehen mal in Speech. So. Und jetzt haben wir hier plötzlich auch Catherine zur Verfügung. Davor war nämlich hier oben nur Heather und Sira drin. Und Heather und Sira kommen uns schon irgendwie bekannt vor. So. Und wenn ich jetzt hier mal sage, okay, das ist jetzt genau die Stimme, die ich hier benutzen möchte. TTS, MS, ähm, beziehungsweise MS, TTS, V, ne, ihr kennt das Ganze. Und ich möchte die zum Beispiel in Python benutzen. Gehen wir mal hier durch. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen plötzlich, ich habe hier eine Catherine M zur Verfügung. So. Jetzt muss ich wieder auf Englisch switchen. Ich mache das mal eben. Und in meinem Python-Code ist jetzt an der Stelle 1 immer noch die Header drin. Also an der Stelle 0 im Grunde genommen. Und deswegen habe ich hier das hier genommen. Aber wenn ich jetzt auf 1 wechsle, dann müsste ich eigentlich Catherine bekommen. Wir gucken mal. Subscribe to my channel, please. Genau. Das sollte, wenn mich nicht alles täuscht, australisches Englisch gewesen sein. Und kein amerikanisches. Wir machen nochmal 2 zum Vergleich. Subscribe to my channel, please. Und das war definitiv US-Englisch. Ähm, das war Sira. Das heißt, jetzt haben wir auch Catherine zur Verfügung. Und ja, damit lässt sich natürlich einiges machen. So habt ihr einfach noch viel, viel mehr Stimmen zur Auswahl. Beziehungsweise könnt ihr euch auch bewusst für eine Stimme entscheiden. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Und ja, das macht auch einfach sehr viel Spaß. Und darum geht es ja im Endeffekt. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen oder sonstige Sachen habt, die ihr gerne sehen würdet, wie immer, ein Kommentar würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten natürlich auch ein Daumen oder sowas. Und schaut bei der Bootstrap Academy vorbei. Dort gibt es noch sehr viel mehr Tutorials. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.